Ohne dich wären wir noch gar nicht so weit gekommen, Mann. Vince führt die Liga an in Punkten und Assists. Deiner Schlausen werde ich auch gleich unter Vertrag. Du weißt schon, dass ihn der Kölner Chefscout zweimal beobachtet hat. Wenn er dahin geht und eine andere Agentur ihn wegschnappt, dann werdet ihr euch schön ärgern. Ich bin vielleicht ein Einzelkind, aber ich sehe, wenn jemand so viel Schiss vor seinem Bruder hat, dass er sich nicht mehr mal traut, das einzig Richtige zu tun. Nee, nix abwarten. Jetzt machen wir den Sack zu, klar? Machst du mich an, Mutterficker, mach ich dich aus, Mann. Ich ficke deine Mutter, yo. Weißt du, da hast du halt zweimal Mutter und Ficken in einem Satz. Ist schlecht? Scheiße. Ich bin raus, Alter. Vince auch. Und jetzt siegt's an dir. Kriegst du das in, Junge? Hang-Time ist der Moment, wenn du in der Luft hängst. Luft. Wenn du abgesprungen wirst, so hoch du kannst, mit nur einem Gedanken, den Ball im Korb zu versenken. Du scheißt auf die größte Chance, die du hier kriegen wirst. Sag mir einen guten Grund, warum. Das ist so ein Dich-Kümmer, wenn du mein Leben für mich planst. Auf keine zweite Chance. Mach den Korb oder versiepen. Aber zwischen geht's nicht. Hang-Time ist der Moment, der alles entscheidet. Weil in Berlin, da gibt's massig Labels. Da stehen auch Typen wie mich. Türke, hoch aus, vor bestraft. Türke, Alter, du bist in da. Türke, Alter, du bist in da.